Ja, ne? Das ist der Sound, den man gehört will. Vor allen Dingen, wenn du es jetzt zu machst, guck mal. Du hast es ja im Kasten drin. Genau, du hörst nichts. Und wie Sie hören, meine Herrschaften, hören Sie nichts. Das soll so sein. Was sagt der Schieberkastendruck? Da ist nichts. Aber der Kasten ist schon ziemlich voll. Hat es halt einen Eimer hier irgendwo? Ja, einen großen, da allerdings drin. Ja, ja. 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 Ja.